Die Bibel ist ein Zeugnis, in dem das Kommen Christi vorausgesagt wird und in dem sein Wirken im Heiligen Land verzeichnet ist. Das Buch Mormon, ein weiterer Zeuge für Jesus Christus, sagt sein Kommen voraus und berichtet von seinem Wirken unter den damaligen Einwohnern Amerikas. Obwohl der genaue Ort, an dem sich die Ereignisse in Amerika zugetragen haben, nicht bekannt ist und sich um manche der beteiligten Personen Legenden ranken, ist der Erretter doch tatsächlich doch erschienen und hat unter den Menschen gewirkt. Musik Die Zeugnisse von einer Herde und einem Hirte. Adonai, 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 Adonai Irgendwo in Amerika. Musik Entschuldigt, Meister Amoron, aber habt ihr gesehen... Es ist das Zeichen, von dem der Prophet Samuel gesprochen hat. Heute kommt der Sohn Gottes in die Welt. Wo wird der Sohn Gottes erscheinen? An einem weit entfernten Ort im Land unserer Vorfahren. Hier steht es in den Worten der Propheten. Ich erblickte eine Jungfrau, die war überaus schön und weiß. Die Mutter des Sohnes Gottes nach der Weise des Fleisches. Das Lamm Gottes, der Sohn des ewigen Vaters, ist in die Welt gekommen. Und wer an ihn glaubt, der wird immerwährendes Leben haben. 33 Jahre später. Das ist schon lange her. Seit dem Tag habe ich immer auf den Messias gewartet. Und so Gott will, werden meine Kinder ihn mit eigenen Augen sehen. Musik Mara Da ist Lanea Mit ihrer Mutter Weiß Papa, dass sie dir gefällt? Das bleibt unser Geheimnis. Und wenn ich's sage? Dann fresse ich Chayo. Amaron ist wie ein Vater für mich. Er hat mich die Wege des Herrn gelehrt. Und jetzt belehrt er meine Kinder. Ah, was für eine wunderschöne Arbeit. Ist Vater stolz eine Sünde? Nein. Bitte, bitte mach weiter. Durch die Worte der Propheten wissen wir, dass gerade jetzt der Messias unter den Menschenkindern wandelt. Ich lese nun aus ihren Worten. Und ich sah den Erlöser der Welt. Und ich sah auch den Propheten, der den Weg vor ihm bereiten soll. Und das Lamm Gottes gäng häng und wurde von ihm getauft. Ich müsste von dir getauft werden. Lass es nur zu, Johannes, denn nur auf diese Weise ist es möglich, die Gerechtigkeit voll und ganz zu erfüllen. Musik Folgt mir nach. Der Geist Gottes des Herrn ruht auf mir. Denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine frohe Botschaft bringe und alle Heile, deren Herz zerbrochen ist. Damit ich den Gefangenen die Entlassung verkünde und das Augenlicht dem Blinden. Damit ich die Zerschlagenen in Freiheit setze und ein Gnadenjahr des Herrn ausrufe. Musik Heute hat sich dieses Schriftwort erfüllt. Ist das nicht Josefs Sohn? Er lästert Gott. Ich warne dich, alter Mann. Du und dein Gerede vom Messias seid hier unerwünscht. Bei Anerle Missiau. Durch Glauben an den Messias kannst du errettet werden. Boa duio gaiku. Baiki. Das ist gut. Sieg war. So ist es. Ist es. Alles. Hast du das gemacht? Oh nein, nein, nein. Ja, so ist es. Ich bin Khor. Mein ist das Haus von Khor Antiguelamon. Ich, das ist der Jaguar. Ja, weiß ich. Du bist begabt. Arbeitest du auch in Stein? Ja, mein Herr. Ich ernenne dich zum Steinmetz meines Hauses und sorge für dich. Mein Sohn führt die Tradition meiner Familie fort. Ich dachte, euer einzig wahrer Gott lässt euch frei entscheiden. Um,ưuuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ich bin Jakob aus Morianco Ich weiß Mein Vater sagt, Coro hat dich als Steinmetz angestellt Lass mal sehen Man sagt, du seist begabt. Und was sagst du? Warum sehen diese Dinger immer so böse und gruselig aus? Kannst du was Schönes machen? Für Kohor ist der Jaguar schön. Aha, dann behandelt er dich richtig gut. Kohor verkehrt auch in ganz anderen Kreisen, als meine Familie es tut. Du willst doch wohl nicht kündigen. Mein Vater ist gegen diese Sache. Und warum solltest du verarmt und mittellos bleiben? Er ist mein Vater. Du bist kein Kind. Und ich glaube, auch kein Dummkopf. Willst du wissen, wer ich bin? Ich weiß, wer du bist. Aber als Steinmetz in Kohors Haus habe ich Rang und Rechte. Und Eitelkeit? Stolz ist der Same der Vernichtung, Jakob. Aber es ist für dich und Mara. Wir werden Sachen haben, die... Kohor, mein Sohn, verspottet Gott. Vielleicht gibt Gott uns aber dieses Glück. Herr, raub dir deinen Glauben an den Messias. Daran glaubt ja doch kaum noch einer. Jakob. Ich glaube, dass Gott selbst zu den Menschenkindern herabgekommen ist, um sein Volk zu erlösen. Talitha Kuhm. Ich sage dir, steh auf. Ich sage dir, steh auf. Es ist mein einziger... Hab Mitleid mit uns. Wenn du glauben kannst, dann ist alles möglich. Herr, ich glaube. Hilf meinem Unglauben. Du sei gesund. Glaubst du, dass ich dir helfen kann? Ja, Herr. Wie du geglaubt hast, so soll es geschehen. Die Propheten haben gesagt, jener Messias kommt zu uns. Dieser Verheißung habe ich mein Leben geweiht. Wie kannst du dich nur an diese alten Geschichten klammern? Ich habe es gesehen, das Zeichen seines Kommens. Es fällt mir schwer zu glauben, was ich nicht gesehen habe. Ohne Glauben ist auch das Sehen nicht genug. Der Glaube gibt dir nichts von dem, was glücklich macht. Du machst mich glücklich. Du und Mara. Aber Mutter ist tot. Warum ließ Gott sie sterben? Ich möchte deinen Segen. Aber auch so nehme ich das Angebot von Kohor an. Für die ideale Gesellschaft, mein junger Freund, muss man sich mit dem Allerbesten von allem umgeben. Zu meinem Haus gehören Steinmetze, Künstler und schöne Frauen. Ich bin ein Mann von beträchtlichem Ansehen. Ich habe viele Diener, Verwandte und edle Freunde. Begrüßt Jakob. Er ist mein neuer Steinmetz. Ich kann jetzt noch nicht so offen darüber sprechen, aber Ereignisse von überaus großer Tragweite stehen bevor. Komm. Hier, machst du einen Bericht von all meinen Leistungen. Und das Geschick deiner Hand macht mich unsterblich. Ich bin ein Bericht von all meinen Leistungen. Das ist es. Wenn jetzt der Ruf an euer ginge zu sterben, in eurem Inneren sagen, ihr seiet genug demütig gewesen, und der Prophet fragt, habt ihr den Stolz von euch getan? Du bist ein Narr. Wenn dies nicht so ist, dann seid ihr nicht bereit, Gott zu begegnen und habt nicht ewiges Leben. Bist du bereit? Dann begegne den Göttern. Die Zeit ist da, wo ihr umkehren müsst. Oder ihr könnt nicht gerettet werden. Du bist ein Narr. Du bist noch einer unter euch, der den Leid nicht von sich getan hat. So jemand ist nicht bereit. Und ich möchte, dass er sich schnell bereit macht. Denn die Stunde ist ja ein Narr. Jetzt kann ihr Vater dich nicht abweisen. Ist schon gut. Geh. Geh. Ja. Geh. Bis gleich. Ihr seid so elegant in eurem neuen Gewand, Meister Jakob. Ist wohl doch zu groß. Vielleicht wächst dein Kopf ja noch hinein. Ich hab was für dich. Ach, das ist schön. Manche Männer fürchten sich davor. Das gefällt mir. Ich habe euren Prediger gehört. Weißt du, ich finde ihn auch ein bisschen merkwürdig. Er sagt, die Schlechten werden vernichtet. Wer sind die Schlechten? Ich etwa? Nein, du nicht. Denkst du, dieser Messias kommt wirklich? Es ist eine Überlieferung der Gläubigen. Hast du das nie geglaubt? Wir werden im Glauben der Väter erzogen. Mein Vater versteht einfach nicht, dass der Glaube für mich... Sag mal, findest du uns lustig? Eigenartig. Morgen gehe ich mit Meister Kuhu und deinem Vater zur Jagd. Dann bring mir doch Federn mit. Ich bin ein Wälder. Dieser Prediger hat vielleicht Nerven mit all den Beleidigungen. Er gewinnt zu viel Einfluss. Den müssen wir loswerden. Ja, aber dann ganz im Stillen. Keine Sorge. Das lässt sich machen. Legen wir es der Bruderschaft vor. Mir scheint, dein Prediger beleidigt inzwischen jeden Richter in Sarheimla. Was haben die vor mit Amoron? Das ist unwichtig. Er versteckt sich im Wald wie ein ängstliches Chorellum. Vielleicht solltest du den alten Narren warnen. Denn siehe, die Zeit kommt, da der Herr, der Allmächtige, der regiert und der von aller Ewigkeit bis in alle Ewigkeit war und ist, mit Macht vom Himmel herabkommt unter die Menschenkinder und in einer öllischen Hülle wohnt. Und ich sah den Sohn Gottes, wie er unter die Menschenkinder ging. Und ich sah den Sohn Gottes zu Füßen fallen und ihn anbinden. Er kommt, damit den Menschenkindern Errettung zuteil werde. Ja, durch den festen Glauben an seinen Namen. Der Sohn Gottes leidet, damit er die Sünden seines Volkes auf sich nehmen kann und die Bande des Todes löst. Seht ihr, den Propheten ist ihm Macht gegeben, das Wirken des Messias zu kennen. Und durch ihr Wort kennen wir ihn. Selbst jetzt, da er unter den Menschenkindern wandelt. Tochter, hab keine Angst. Dein Glaube hat dir geholfen. Wenn du willst, kannst du machen, dass ich rein werde. Ich will es. Werde nun rein. Hattein, hattein. Hattein, hattein. Pass auf dich auf, mein Freund. Tsiukinta. Hattein, Jakob. Ich muss Amoron warnen. Ja, er weiß. Die Schlechten sind zornig. Kohor fürchtet um ihn. Was fürchtet. Untertitelung des ZDF, 2020 Sei nicht traurig, mein Freund. Der Tod ist nicht das Ende. Der Messias kommt. Wir sehen uns wieder. Was du auch immer davon weißt, tu, was die Wahrheit erfordert. Das ist nicht traurig, mein Pfeil ist sicher. Ich hab ihn erwischt. Und zwar noch vor. Mehr rein. Da, das ist der Mann. Verhaftet ihn. Das ist unerhört. Ich sage dir, er gibt dich in die Hände des Tribunals. Auf wessen Befehl seid ihr hier? Auf wessen Befehl seid ihr hier? Auf Anordnung des obersten Richters. Der oberste Richter? Ist er verrückt? Mach dir keine Gedanken. Der oberste Richter ist ein Narr. Er verhaftet seine eigenen Richter, wo er doch weiß, dass sie nichts getan haben gegen den armen Amaron. Unsere Freunde kommen frei. Und das ist? Es ist ein Symbol der Weisheit. Ihr, das seid ihr. Du bist ein Geschenk der Götter. Begleite mich. Das Alte zerbröckelt, mein junger Freund. Die Regierung ist am Ende. Es ist an der Zeit für eine neue Gesetzesordnung, für ein neues Reich, für einen König, der uns regiert. Doch wem kann ein neuer König wohl vertrauen? Das ist ein Rätsel, das nur wenige lösen können. Ich hatte vor, ans Meer zu reisen und die grünen Steine einzukaufen. Doch jetzt muss ich bleiben. Du gehst an meiner Stadt. Dir entgeht die Verhandlung. Zu viele Fragen verwirren den kreativen Verstand. Vergiss den Morgengrauen. Jakob! Athea! Die Verhandlung ist morgen. Aber Koro hat mich zum stellvertretenden Händler ernannt. Jolta! Er schickt dich fort, damit du nicht aussagen kannst. Er hat mir versichert, dass die Männer unschuldig sind. Sie sind doch Selbstrichter. Aber dein Vater, er braucht deinen Beistand. Sag mal, hast du mich nicht wegen meiner Armut verspottet? Hör mir doch mal zu. Kohor ist... Lanea. Eine neue Ordnung hat begonnen. Ein neues Reich. Und ich gehöre dazu. Ich bin nicht länger ohne Privilegien. Ich bin nicht mehr arm. Wenn ich zurück bin, dann... Dann sprechen wir über... Imai! Mara! Mara! Die Karabanne ist da! Jolta! Wo ist Papamba? Er ist nicht da. Ist das für uns? Ja, das alles. Sag, Vater, ich bringe ihm was vom Meer mit dir. Mhm. Und so frage ich euch, mein edler oberster Richter. Warum sollten sich diese edlen Männer herablassen, einem verwirrten alten Narren zu schaden, der einen Messias ankündigt, der immer während des Leben bringt. Es ist nicht vernünftig, dass so ein Wesen kommen wird. Und wenn es so ist, und er der Sohn Gottes ist, wie man sagte, warum will er sich uns dann nicht zeigen, genauso wie unseren Brüdern in Jerusalem, er tut's nicht, denn er ist nicht. Ich frage also noch einmal, wie können sich diese achtbaren Männer aus Angst vor der Raserei eines Verrückten zu so etwas Sinnlosem hinreißen lassen? Da ist kein Grund, da ist keine Schuld. Und da ist kein Messias. Ich bin Helam aus Moriankum. Ich kann nicht so klug reden. Mir sind die schlauen Reden der Anwälte und die Schlingen des Gesetzes fremd. Aber das weiß ich. Amaron war ein ehrlicher Mann. Er war mein Lehrer und mein Freund. Ich bin der Geringste unter euch allen und doch kenne ich die Wahrheit über den Messias, denn ich sah die Zeichen seines Kommens. Der Sohn Gottes ist gekommen, um alle zu erlösen, die umkehren und die glauben an seinen Namen. Er ist gekommen, um den großen Plan der Erlösung und Errettung zu erfüllen. Und er wird auch uns gewiss erscheinen, denn die Propheten haben es gesagt. Zeit meines Lebens habe ich auf ihn gewartet. Und ich warte nur noch kurze Zeit. Böse Menschen mögen die Boten Gottes ermorden, doch die Wahrheit können sie nicht umbringen und ihre Sünden nicht zudecken. Das entriss Amaron dem Mann, der ihn getötet hat. Herr Kron, Rorschot! Das ist nicht wahr! King, mein Tutor! Oh, du Lügner! So ein Verräter! Vor mir kannst du deine Gefühle nicht verbergen. Weiblicher Instinkt ist klüger als mancher Verstand. Du warst ja bei der Verhandlung. Ich hatte dem Prediger zugehört, der jetzt tot ist. Ach Mutter, er sagte, er sagte, der Messias sei schon gekommen und er wirkt in einem fernen Land. Sie nennen ihn das Lamm Gottes. Den Erretter der Welt. Und sie sagen, dass wir alle zu ihm kommen müssen, sonst werden wir nicht errettet. Lass die Kinder zu mir kommen, hindert sie nicht daran, denn Menschen wie ihnen gehört das Reich Gottes. Selig, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Selig, die trauernden, denn sie werden getröstet werden. Meister, diese Frau wurde beim Ehebruch ertappt. Mose hat uns doch im Gesetz vorgeschrieben, solche Frauen zu steinigen. Was aber sagst denn du? Wer von euch ohne Sünde ist, der werfe als erster einen Stein. Nun, Frau, wo sind sie, deine Ankläger? Hat dich keiner verurteilt? Niemand, Herr. Auch ich verurteile dich nicht. Geh und sündige von jetzt an nicht mehr. Wenn es soweit ist, dann geh zu Helam aus Mojangkum. Vielleicht stellt dich dein junger Künstler seinem Vater vor. Auch ich war mal gläubig. auch. Mara. Mara. Papamba! Mara! Jolta! Jolta! Das Tate Thieu. Für dich, Vater. Auch Tate. Für dich, Mara. Schau dir das, Herr. Ich bin nur Steinmetz. Und doch hat Koro mir seine Geschäfte anvertraut. Und die Karawane. Koro ist ein lustiger Mann. Er ist ein Visionärvater. Er ist... Gott gibt uns Söhne, die unseren Platz einnehmen, wenn wir alt sind. Um den Glauben zu hüten und um ein Freund zu sein, wo sonst keiner ist. Ich bin dein Freund. Ist das nicht ein Segen von Gott? Warum freust du dich denn nicht für mich? Ich freue mich. Weil du dich freust. Doch ich bin traurig, weil deine Freude vergehen muss. In deinem neuen Reich kann ich nicht dein Vater sein. Doch wohin du auch gehst, du bleibst immer mein Sohn. Wir bleiben eine Weile am Ort der heiligen Berichte. Nett, dass du mir den Weg zeigst. Ungläubige empfangen sie doch nicht. Komm, sprechen wir mit deinem Vater. Oh, ich kann nicht. Koro hat den Rat einberufen. Jakob, dein Vater hat ausgesagt. Es war, als spreche er gar nichts selbst. Ich kann seine Worte nicht vergessen. Du verwechselst Sympathie mit Vernunft. Ich glaube ihm. Wie kannst du glauben, was du nicht siehst? Kannst du mich sehen? Nein. Doch du weißt, ich bin da. Es ist nicht gut, den Glauben deiner Kindheit aufzugeben. Ich bin kein Kind mehr. Kohor wird mir bald ein Gespräch mit deinem Vater verschaffen. Eine Verlobung würde mir gefallen. Sehr gefallen. Wie weit ist es noch? Nur noch ein Stückchen über den Fluss. Wann sehe ich dich wieder? In all den Jahren als Glaubender. Hast du da nie eine Regung gespürt im Herzen? Noch ein Stückchen über den buildingen? Oh Gott. Wenn doch ein Gott ist. Und du bist dieser Gott. Willst du dich mir denn nicht kundtun? Hier werden die heiligen Schriften der Propheten verwahrt. Und in diesen heiligen Aufzeichnungen steht die Verheißung Gottes vom Kommen seines Sohnes. Die Verheißung Gottes Jakob, komm. Heute trittst du unserer Bruderschaft bei. Und so befreien wir unser Volk aus dem Griff der Rechtsprechung. Widersetzt euch dem Gesetz dieses Landes. Vernichtet den Regierenden. Und setzt einen König über das Land. Mit diesem geheimen Schwur vereinen wir uns gegen die Gläubigen und schwören einmütig. Vernichtet sie! Haltet ihn! Haltet ihn! Jakob, heute Nacht spürst du deine Angst. Morgen trittst du unserer Bruderschaft bei. Wir haben dir ein großes Geheimnis anvertraut. Jakob, enttäusche mich nicht. Ich habe noch andere Schafe, die nicht aus diesem Stall sind. Auch sie werde ich führen und sie werden auf meine Stimme hören. Dann gibt es nur eine Herde und einen Hirten. Was du sagst, Gott ist dein Vater? Du lästerst Gott! Ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur, wenn er den Vater etwas tun sieht. Hab Vertrauen, mein Sohn. Deine Sünden sind dir vergeben. Der Mann ist ein Gotteslüsterer. Wer kann Sünden vergeben außer dem eigenen Gott? Warum habt ihr so böse Gedanken im Herzen? Ist es leichter, zu diesem Mann zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben? Oder zu sagen, steh auf und geh umher? Ihr sollt aber erkennen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Steh auf. Nimm deine Tragbarkeit. Und geh nach Hause. Herr, Herr, wärst du hier gewesen, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, alles, worum du Gott bittest, wird Gott dir geben. Dein Bruder wird auferstellen. Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Lazarus, komm heraus. Löst ihm die Binden und lasst ihn gehen. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben. Ich bin die Auferstehung und die Auferstehung und die Auferstehung. Bring bitte Mara ins Dorf. Was ist hier los? Der oberste Richter. Ermordet auf dem Richterstuhl. Komm hoch! Wo ist mein Sohn? Wenn du das nicht weißt, dann ist er vielleicht nicht mehr dein Sohn. Lade du! Dafür habe ich dich aber nicht aus der Armut gerettet. Mein Reich steht bevor, Jakob. Warum beharrst du auf deinem Starrsinn? Du solltest das gute Leben genießen. Doch nun, denk sorgsam über das Ende allen Genießens nach. Es kommt mit dem Tod. Großer Gott des Himmels, ich habe meinen Sohn im Stich gelassen und ihn verloren. Steh ihm in dieser dunklen Stunde bei. Lass ihn die Macht des Sühnopfers deines Sohnes spüren. Vater, wenn du willst, nimm diesen Kelch von mir. Doch wie es auch sei, nicht mein, sondern dein Wille soll geschehen. Vater, mein Vater, mein Vater, ich war nie mehr der Messias. Bist du der Messias, der Sohn Gottes? Ich bin's. Also bist du ein König? Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen. Ich bin dazu geboren und dazu geboren. Ich bin dazu geboren und dazu. Ich bin dazu geboren und dazu geborenısı, Ich bin zu tetes預 Vater, vergib ihnen. Und sie wissen nicht, was sie tun. Vater, in deinen Händen empfehle ich meinen Geist. Vater, in deinen Händen empfehle ich meinen Geist. Vater, in deinen Händen empfehle ich meinen Geist. Das Zeichen, das Zeichen seines Todes. Der Messias ist tot. Der Messias. Jakob, Jakob, betrüge dich nicht um dein Leben. Schwör mir Gefolgschaft mit deinem Blut. Und alles, was ich versprochen habe, wird dir gehören. Kannst du denn wirklich den Zorn der Götter herabrufen, Jakob? Dann verwehre, mehr nicht deine Gabe. Der Zaun des einzig wahren Gottes muss wahrlich über uns sein. Aber ich verrate ihn nicht noch einmal. Lass mich frei, ich flieh dich an! Ruf deinen einzig wahren Gott! Bitte! Ruf deinen einzig wahren Gott! Ruf deinen einzig wahren Götter! Ruf deinen einzig wahren Gott! Fert ihr nicht? Jakob! Jakob! Jakob, 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 Jakob, Jakob! Jakob, Jakob, Jakob! Jakob, Jakob! Jakob, 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 Jakob! Jakob, 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 Jakob! Jakob, Jakob! Jakob, 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 Jakob! Jakob, Jakob, Jakob! Jakob, 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 Jakob! war. Es wird alles gut. Chajo. Hier. Komm her, Mädchen. Und dann hörte ich eine Stimme. Ob in Gedanken oder mit dem Wind hergeweht, das weiß ich nicht. Aber sie... sie drang mir ins Herz. Und sie sprach von Heilung. Und Gnade. Ja, genau wie bei mir. Papan! Papan, da sagt was. Komm mit! Jakob. 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 Er ist nicht gekommen. So lange habe ich gewartet. Und nun ist er da. Und ich sehe ihn niemals mehr. Er kann nicht sehen. Mare. Meine Augen sind dunkel. Aber auf ewig sehe ich dein Gesicht mit meinem Herzen. Geleite mich ins Land immer fluss. Dann sterbe ich beim Tempel unseres Gottes. Der Dunst war so dick, dass ich nicht mal ein Feuer machen konnte. Drei Tage kämpfte mein Vater mit dem Tod. Und ich konnte ihm nicht helfen. das Zeichen der Geburt des Messias gesehen. Und nun haben wir das Zeichen seines Todes erlebt. Seht, wie sie geliebten Sonn ist. Seht, meinen geliebten Sonn. Seht, meinen geliebten Sonn, an dem ich wohlgefallen habe, in dem ich meinen Namen verherrlicht habe. Ihn höret. Siehe, ich bin Jesus Christus, von dem die Propheten bezeugt haben, er werde in die Welt kommen. Ich bin das Licht und das Leben der Welt. Ich habe den Vater verherrlicht, indem ich die Sünden der Welt auf mich genommen habe. Steht auf und kommt her zu mir. in der Welt. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Der Messias ist gekommen. Bleib hier! Der Messias ist gekommen. Ihr seid es, von dem ich gesagt habe, andere Schafe habe ich, die nicht von dieser Herde sind. Auch sie muss ich herführen. Und sie werden meine Stimme vernehmen. Und es wird eine Herde sein und ein Hirte. Und da ein Klang. Stufe rauf. Stufe runter. Ja, komm. Das ist wie ein Traum. Ja. Ist das wirklich? Ja, Vater. Wer umkehrt und zu mir kommt wie ein kleines Kind, den will ich empfangen, denn solchen gehört das Reich Gottes. Komm hier entlang. Sind wir bei ihm? Noch nicht. Kannst du ihn sehen? Ja. Nun, sag schon. Erzähl mir alles. Beschreib ihn mir. Sag, was tut er? Er segnet die Kinder. Er ist wunderbar, Vater. Er ist alles, was du dir vorgestellt hast. Er ist wirklich der Sohn Gottes. Oh, Papa, du hast ein Leben lang auf den Messias gewartet. Nun ist er da und nur durch meine Schuld kannst du ihm nicht entgegenlaufen. Du kannst ihn nicht einmal sehen. Du kannst ihn sehen. Das ist genug. Hela. Halleluja, 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 Halleluja. Der Messias ist gekommen und er wird wieder.